Hallo liebe Freunde, liebe Abonnenten, na willkommen zurück zu Luigis Mensen auf dem Endspurt. Ja, wir sind bald durch mit dem Game. Wir haben kaum noch Räume zu erforschen. Oh, cool. So, nur noch einen Raum der regulären Villa und dann müssten wir in den Keller zum Oberfinalboss. So, die letzte Tür. Die letzte Tür mit einem normalen Schlüssel aufmachen. Oh mein Gott. Jetzt kommt ein sehr cooler Raum, wie ich finde. Oh mein Gott. Du, Atelier. Oh, du warst es nicht, wahr? Du störst mein jenseitiges Werk. Jenseitiges Werk. Ach, der Typ ist doch der, der die ganzen Geister irgendwie malt und deswegen sind hier so viele Geister. Alles seine Schuld. Du Interwäldler siehst nicht das Leben meiner Kreation. Oh, oui, oui, oui. Ich zeige dir die Meisterhaftigkeit meiner Kunst. So. Jetzt geht's los. Mann, ey, ich hab nicht alle drei auf einmal. Das ist doch voll fies. Jetzt müssen wir erstmal alle seine Bilder platt machen. Ja, jetzt kommen wir die zweiten. Obermies. Oh, komm schon. Ja. Nein, nein, nein. Oh, da, da. Voll in die Fresse. Oh nein, ey. Er hat auch noch viel Geister kommen. Guck euch das mal an. Mann. Ah. Wow, wow, wow. Hoppa. Stoop. Oh, oh, weiter reingehauen. Und der Geist malt da erstmal an so einer Truhe, die wir natürlich auch bekommen, sobald wir da angekommen sind. Und tschüss. Oh nein, auf der wird gesagt, ich hab Bock. Oh mein Gott, unser Robin-Geister. Und tschüss. Oh, der wird niemals klappen. Der klappt nicht. Wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Ja, fuck, ey. So, ich muss immer noch Geld gucken. Oh nein. Oh Mann, ey, so ein Mist. Nein, nein, kein Erdbeben, nein. Ich hab's überlebt. Also ich wurde grad nicht vom Erdbeben getroffen. Oh, Stuben. Schön, dass die mal gleich alle Herzen wieder fallen lassen, ja. Dass ich überhaupt keine Angst haben brauch. Stuben. Oh, die Viecher, naja. Die haben nicht so viel Energie, von daher geht's. Und. Ching. Und free. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann. Oh, wie schnell die sich losreißen, ey. Was ist überhaupt mit dieser Tür los? Oh, oh. Du, du, du. Ja, kommt alles schon her. Oh Mann. Oh Mann, ey. Du scheiß Arschloch. Du hast meine ganze Taktik versaut. So. Und es reicht nur wieder für ein Two of a kind. Oh nein. Jetzt kommen diese Typis. Shy Guys ohne Face. Stopst du? Und komm schon. Oh Mann, ey. Wow, wow, wow. Eins. Zwei. Und yes. We are for kind. Oh nein. Die mit der meisten Energie. Diese dicken Typis. Oh Mann, ey. Oh. 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 Klassiker. Oh, zwei auf einmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich habe die Banane. Wow. Wow, wow, wow. Und eins. Und zwei. Stumm. Die ganzen Bananen hier. Alter. Wow, dong. Wann. Ich fühle mich wie in so einem schlechten Schwarz-Weiß-Film. So ein Stumm-Film. Wo man auf Bananenschein ausgerutscht ist. Und plopp. Das letzte Gemälde. Die Dinger sind total assi. Die Hammer muss. Die Hammer muss null Energie, ey. Und plopp. Three of a kind. So, wartet mal. Ich habe jetzt Angst vor dem Typen. Der pflückt ja jetzt richtig aus. Okay. So. Meine ehrlichen Werke. Selbst wenig Verbleche wird mein Werk andauern. Oui, oui. Ganz recht. Necessa. Necessa? Kunst ist unsterblich. Na nü. Was heißt ihr? Nur eins meiner Werke ist noch über anderen? Das ist völlig unmöglich. Es ist zum Eulen. Ja. Und. Yeah. So. So. Ich glaube. Oh. Okay. Er ist auch eigentlich recht bequem einzusaugen. Merke ich gerade. Oh nein. Der scheiß Pilz. Aua. Aua. Hey. Oh. Da kommt er gleich wieder. Wow. Wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du komischer Künstler. Hey. Stoop. Und das letzte Gemälde. Plopp. Oh. Alles klar. Wir haben jetzt den ultimativ letzten Schlüssel erhalten. Oh mein Gott. Zu der letzten Tür unten im Keller. Ja. So. Und hier ist der letzte Geist noch drinne, den wir brauchen. Der letzte Wuhu. Na wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich komme schon näher. Ich komme näher. Hä? So eine Bombe erst mal. So sieht also das Atelier eines Künstlers aus. Hm. Naja. Also Markus und ich würden uns hier wohlfühlen. Obwohl Markus und ich sind nicht wirklich Pinselschwinger. Wir sind mehr Bleistift orientiert. Okay. Wo ist jetzt der scheiß Geist? Natürlich in den Hockern. Natürlich. Oh. Das ist nochmal ein 300er. Was? Boutique. Das ist schick. Du du du. Okay Leute. Stellt euch nochmal ein auf ein. Auf ein langes hin und hergerinne. Aber es ist ja der letzte Wuhu, nicht wahr? So gut. Immer schön wieder in seinen Ursprungsraum abhauen. So. So komm her. Mann, hau doch nicht mal gleich ab. So. Ein Drittel haben wir schon mal. Du und du und. So. Wir müssen jetzt die Hälfte haben. Ja genau die Hälfte haben wir jetzt. Okay. Gut. Wunderbar. Gle. Gle. Halt die Schnauze. Mann. Du blöder Buu-Geist. Aua. Mann ey. Mein schönes Geld. Ich verlieb die ganzen Münzen. So. Das war so ein Drittel. Gut. Immer schön in eine andere Richtung laufen. Damit er auch ja wieder hier abhaut. Und jetzt muss ich durch die ganzen Räume noch mehr totschlatschen. Mann. Bleib doch mal hier jetzt. Wie er gleich abhauen will. So. Und. Oh. Natürlich war es nicht das letzte Mal. So. Jetzt haut er bestimmt nochmal nach links ab. Ne. Gut. So Freunde. Und jetzt seid ihr live dabei. Wie ich den letzten Buu-Einfang und dafür eine Mega-Belohnung bekomme. Yeah. Flop. Und die Belohnung. Oh nein. Mach hinne. Mach hinne. Mach hinne. Mach hinne. Mach hinne. Ja. Mach hinne. Mach hinne. Der Stein soll nicht verschwinden. Oh. Der zweite goldene Ultra-Mega-Hyper-Kristall-Brilliant Rubin-Smaragd. Und damit haben wir jetzt mega geil alles mögliche eingesackt. Puh. Ist das nicht schön. So. Atelier. Hin und her. Hier gibt es nichts mehr. War das jetzt sowas wie der vierte Endboss? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall den vierten Endboss-Schlüssel bekommen. Um damit jetzt das Gebiet hier oben abzuschließen und so. Den ganzen Dachboden. Und jetzt geht es bloß noch ab in den Keller. In den Keller. Zum großen Finale, meine Freunde. Ich schicke nochmal, ob hier irgendwie was rauskommt aus jedem Krug, an dem ich jetzt vorbeilaufe. Sieht nicht so aus. Moment. Moment. Ich gehe nochmal kurz hier rein. Aber nur, um mir Wasser zu holen. Bei Wasser kann ich gebrauchen. So. Jetzt gehen wir mal kurz. Will die Pflanze hier noch was von mir? Ich pflanze? Hast du noch was von mir? Nein? Okay. Hätte ja sein können, dass es irgendwie doppelt ist, weil... Okay. Da ist auch nichts mehr drinne. Alles klar. So. Dann runter in den Keller. In den Keller. Ich hätte auch abkürzen können, oder? Ist hier irgendwo ein Spiegelraum? Hm. Das ist egal. Ich kann nochmal schön das ganze Haus. Nix drin. Nix drin. Mal hin. Hm. Schöne Treppe runtergeflogen. So. Was zum... Okay. Oh, Leute. Entschuldigt mir. Ich habe irgendwie ein bisschen die Nase voll. Also, ich bin ein bisschen verschnupft und so. Keine Ahnung warum. Ist halt kalt draußen und herbstmäßig und so. Herr und Mario. Wir kommen. Äh, öh. Was bin ich denn jetzt hier drinne? Wohin, wartet mal. Habe ich hier noch irgendwie was? Ist nämlich voll fies, weil es einfach so hier... Was siehst du? Was ist das denn? Ist da erstmal noch ein Goldbarren drinne? Mario. Hey, vielleicht kriege ich ja noch 50 Goldbarren zusammen. Das wäre cool. Oh, und 1000 Scheine hätte ich eigentlich euer nochmal. Komm schon, ein Goldbarren. Hallo? Nee. Oh, ich will einen Goldbarren haben. Einen Goldbarren. Hier ist doch bestimmt eine Goldbarren drin. Da ist nix drin. Goldbarren? Aha. Oh, da hat kein Pech gehabt. So. Naja. Gehen wir runter in den Keller. Gucken, was... Vielleicht auf dem Weg finden wir noch ein bisschen was hier oben. Vielleicht, hallo? Nix. Lagerkeller. Wo die ganzen Alkohol-Dinger und sowas lagern. Oh yeah. Puh, puh. Ein Herz nur. Da ist auch nix weiter drinne. Schrank irgendwas. Oh, nix als fette Herzen. Da ist auch nix weiter drinne. Alles abgegrast. Ey, hier gibt's nix mehr. Oh yeah. So. Okay, wow. Kommt gleich mal so ein Spacken da raus. So, okay, Leute. Seid ihr bereit? Na, ich glaub, wir machen das erst im nächsten Part. Natürlich. So. Okay. Oh mein Gott. Okay. Was für ein Gang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da ist die letzte Tür, Leute. Die letzte Tür. Drone, 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 drone. Oh mein Gott. So. Guck dir diese Tür an. Der Piekschlüssel. Okay, los, rein da. Oh mein Gott. Verborgener Altarraum. So. Und hier irgendwo ist jetzt noch ganz schön viel Knete. Wartet mal. Aha. Haben wir erstmal einen blauen. So. Einen blauen Edelstein. So, warum hab ich mir jetzt Wasser geholt? Ich denke, hier ist noch irgendwie was. Oh, noch ein bisschen Geld. 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 Geld, Geld, Geld. Alles klar. Oh. Und da ist der 50. Goldbarren. Ja. Schön. So. Komm ich jetzt eigentlich noch da oben ran oder entdeckt mich dann gleich der Geist? Weil da sind ja noch zwei Kronleuchter. So. Falls man erst noch die Hosen voll hat, hat man hier einen Spiegel, wo man zurück kann. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich komme nicht an ihm vorbei, oder? Soll ich es probieren? Ah. Ich mache das, glaube ich, im nächsten Part. Leute. Oder? Ach, was sollst du? So. Ah, ja, ja, ja. Nein, nicht zum Buhu. Da wird er den Buhu einsaugen. Wie dumm. Nicht den Buhu einsaugen. Oh, Mann. Luigi. Der Staubsauger geht vollautomatisch zum Buhu. Okay, da oben war jetzt nichts mehr drinne. Da noch irgendwas drinne? Nein, nicht zum Buhu. Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part dann. Time for the final. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, mein Gott. Okay. So.